Nach dem fabelhaften Wetter in der letzten Woche bin ich in unserem Garten auf diese ulkigen Blümchen gestoßen. Ein bisschen Bildung an dieser Stelle. Der griechisch-lateinische Name lautet Lamprokapnos spectabilis, wird umgangssprachlich aber als trennendes Herz bezeichnet. Warum ich euch das erkläre? Naja, irgendwas muss ich ja an dieser Stelle sagen. Am vergangenen Mittwoch gab Apple das Datum der diesjährigen WWDC, der weltweiten Entwicklerkonferenz in San Francisco bekannt und bereits einen Tag später sollte der Kartenverkauf starten. Diese kurze Zeitspanne wurde deshalb so gewählt, weil im vergangenen Jahr nach zwei Stunden bereits alle Tickets verkauft waren. Apple hatte gehofft, bei einer kürzeren Vorlaufzeit einen weniger großen Ansturm erwarten zu müssen. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, denn bereits nach zwei Minuten waren die verfügbaren Tickets komplett ausverkauft. Für 1599 US-Dollar konnten Entwickler Karten zur beliebten Konferenz rund um iOS und OS X ergattern, sofern die Seite erreichbar war. Denn aufgrund des hohen Traffics konnten viele Interessenten gar nicht auf die Website zugreifen. Was auf der diesjährigen Konferenz vorgestellt wird, ist noch vollkommen unklar, allerdings rechnet man mit einer neuen Version von OS X und iOS und mit einem oder gar mehreren neuen Produkten wie einer Smartwatch. Auch das Thema eines Fernsehers ist noch nicht völlig abgehakt. Nach Monaten des Wartens öffnet der erste Apple Store in Berlin diese Woche seine Pforten. Am Freitag, dem 3. Mai um 17 Uhr sind Apple-Freunde und Interessierte eingeladen, um am Kurfürstendamm mitzufeiern und einzukaufen. In der Einladung konnte Apple dank des Standortes mal wieder mit einem Wortspiel punkten, denn in farbigen Lettern ist zu lesen, Apple für Berlin. Schnell sein lohnt sich auch dieses Mal, denn die ersten 4500 Besucher erhalten wie bei jeder Eröffnung eines Apple Stores ein kostenloses Eröffnungst-Shirt. Es ist sicherlich kein schönes Gefühl, in einem Aufzug stecken zu bleiben. Viel angenehmer scheint es zu sein, wenn die Rolltreppe stehen bleibt. Denn eine stehende Rolltreppe ist eben eine Treppe, die man dann immer noch aus eigener Kraft hinauf- oder hinuntergehen kann. Sollte man jedenfalls das meinen. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die auf einer defekten Rolltreppe stehen bleiben. Und das nicht nur im Video der Woche. Es gibt diese dämlichen Links, bei denen man von einem bekloppten Fenster zum nächsten geschickt wird und nur derjenige gewinnt, der am meisten Durchhaltevermögen hat oder wer den Rechner runterfährt. Ich falle regelmäßig auf dieses dämliche Ding herein und finde es wirklich bescheuert. Viel lustiger finde ich hiergegen die Klebenotizen in Windows-Fehlermeldung-Design, die man überall hinkleben kann und die man eben nicht anklicken muss. Wer seine Kollegen im Büro ärgern will, der kann einen solchen Aufkleber ja mal auf den Bildschirm kleben. Wenn der Router zu weit weg platziert wird, kann es sein, dass manche Hausbewohner nicht mehr auf das WLAN zugreifen können. Mit einem Repeater kann man dieses Problem beheben, doch auch das ist nicht immer die beste Lösung. Wer ohnehin über Kabel mit dem Router verbunden ist, der muss lediglich auf den mobilen Geräten auf das WLAN verzichten. Oder auch nicht. Denn auch ein Mac kann als eine Art Repeater genutzt werden und ein WLAN-Signal ausgeben, das von Smartphones, Tablets und anderen Geräten erkannt und genutzt werden kann. Stack Social bietet zum ersten Mal ein deutsches Bundle, also ein Bundle mit den deutschen Versionen verschiedener Software für OS X an. Für gerade einmal 49,99 Euro bekommt man 8 Apps, die einen Wert von 246 Euro haben. Neben Gemini gehört auch Parallels Desktop 8 mit dazu, das alleine schon mehr kostet als der Bundle-Preis. Noch bis Freitag können die Apps über Stack Social erworben werden. Der Elektrohändler Mediamarkt hat eine neue Aktion gestartet, die noch bis zum 7. Mai läuft. Wer ein Neugerät ab 99 Euro kauft, bekommt eine Geschenkkarte von Mediamarkt gratis dazu. Je nach Einkaufspreis können Kunden eine Geschenkkarte von bis zu 200 Euro ergattern, die nach etwa 14 Tagen freigeschaltet wird. Die Aktion gilt sowohl im Onlineshop als auch in den teilnehmenden Filialen vor Ort. Nachdem die Telekom ihre Drosselungsvorstellung in der vergangenen Woche zum Teil in die Tat umgesetzt hat, gab es viel Kritik, nicht nur seitens der Kunden. Auch 630er hat seinem Ärger über die Telekom Luft gemacht und landet darum auch im Tweet der Woche. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai, schlage euch vor, auch beim Regenwandern zu gehen, dann habt ihr schon eure Ruhe und freue mich in der nächsten Woche wieder auf euch. Macht's gut, auf bald und bis wiedersehen. Wenn man bei Deutsche Telekom einige Buchstaben austauscht, hinzufügt und umstellt, dann kommt, ihr habt doch den Arsch offen dabei raus. Neben Gemini gehört auch Parallels Desktop 8 mit dazu, das alleine schon mehr kostet als der Bundle-Price. Nein, ich wusste es!